Guten Morgen, Herr Fuchs. Wollen Sie sich nicht setzen? Ich werde keine Aussage machen. Herr Fuchs, es wird Ihnen eine Vorgewaffe in der Zeit zwischen 1993 und 1997 vier Menschen getötet und 15 Menschen schwer verletzt zu haben. Wer sind die Mitglieder der Bayou-Wahrischen Befreiungsarmee? Es handelt sich um österreichische Patrioten, die ich nicht verraten würde, selbst wenn ich sie kennen würde. Ich selbst bin ein österreichischer Patriot und bekenne mich als österreichischer Terrorist. Vielleicht wollen Sie uns Ihre Mittäter nicht nennen, weil es keine gibt. Vielleicht haben Sie die Anschläge alleine verübt. Wir haben in Ihrer Wohnung elektronische Schaltpläne gefunden, die von einer Fachkenntnis höheren Ranges zeugen. Es sind Schaltpläne von Bomben, wie sie bei den Briefbomben verwendet wurden. Ich bin ein sehr chewiges forming. Ich bin ein sehr zu uns. Ich bin ein sehr zu einiger Anhaltender für die Bilder von jetzt haben. Ich bin ein sehr zu uns. 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 Vielen Dank.